Und damit Willkommen zurück zu Borderlands, der Pre-Sequel mit Flash. Mit Cento aus dem Raketenwerfer. Schlag mich tot. Wir haben eine kurze Pause gemacht. Kurze Pause. Ganz kurzen Cut. Ja, war eine Mini-Pause, weißt du doch. Na dann komm. War klar. Da kommt bestimmt der Freaky Freaky Man. Das war so klar, ne? Alter, was kommt denn jetzt für ein... Ich nehm jede Fähigkeit, ist egal was da rauskommt. Gumbi-Yentchen. Ich hab gedacht, hab. Alter, Colonel Supper Dawn. War klar, dass das nicht gut mitgehen kann. No. Komm schon. Da schutzschild von dem Vieh, ne? Ja, bam. Na, ich brauch ne Elektrowaffe. Da. Okay, ist down. Weiß das schuld. Finde ich so, dass ich die ganze Zeit mit den Raketenwerfer rauskomme. Einfach drauf mit allen Granaten. Hat so was zu spielen. Das ist nicht das einzige, was noch bleibt. Da kommt noch mehr. Meinst du? Ja. Dieser komische Typ, der vor sich ihr gestellt hat. Ah, Flammy. Danke schön. Und natürlich diese Scheißfähigkeit kriegst. Wow. Ich hab ne Idee. Was denn? Das Vieh muss hierher kommen. Warum? Aber nicht, wenn ich die ganze Zeit schieße. Deswegen. Weil wir diese Reaktoren hier draußen rumstehen haben. Ja und? Wenn wir die aktivieren. Und drauf schießen. Und der in der Nähe ist. Nehmt auch so genug Schaden. Darf ich mal weiter rüber? Der kommt ja uns nämlich nur hinterher. Äh. Relativ egal. Oder auch nicht. Man kann die vielleicht höchstens Feuer aktivieren. Nichts anderes. Guck mal, weil die rammt da immer irgendwas rein. Wow. Küsst du das? Ja, hab ich schon. Hier vorne ist Leben. Oh, jetzt. Dankeschön. War ich nicht. Doch, warst du. Lust drauf geschossen nimmt. Super. Du mich wiederbeleben. Ach, du auch. Cool. Sorry, hab ich nicht gesehen. Hätte dir deinen Arsch gerettet. Schnell, du stirbst nicht. Ah, weg da. Boah, alter, hol da bloß ab. Deaktiviert grad die scheiß Dinger. Ja, ich merk das schon. Ah. Ja. Wow. Ja, wegen dem elektrischen Schlag. Wow. Alter, was ist das denn jetzt? Kriegst du das? Schaffst du, schaffst du? Ja, ja, schaff ich schon, schaff ich schon. Aber ich nehm nicht. Jetzt. Fähigkeit, gib mir irgendwas, was Schaden reinhaut. Doppelte Waffen. Stealth. Ah, Stealth. Oh, komm schon. Hast du Granaten noch? Ich hab keine mehr. Doch, hab ich noch. Erf drauf. Ja. Weil ich würd gern meinen Raketenwerfer benutzen. Und nicht, wenn ich rausgekickt werde. Glaub, dafür hab ich keine Munition mehr. Ich wurde rausgekickt. Wie du, du wurdest rausgekickt? Wasserwelt. Okay. Wom brenn ich denn? Warum? Alter, was ist das denn jetzt für ein Scheiß? Ich bin hinten an dem Scheiß-Ding. Ja, geil. Wo ich jetzt als Gegner rum bin. Ja, und ich bin unten an dem Elektro-Ding. Ah, cool. Und tot. Ah, das geht irgendwann weg. Okay. Die Alte darf jetzt bloß kein... Hm? Das geht irgendwann weg, die Blitze. Ja. Das hab ich schon verstanden, aber das ist danach, wo du abgebrochen hast, zu reden. Links runter. Ach ja. Alter, wo kommt der Schaden denn her noch? Da hieß neue Munition? Na, natürlich nicht. Ach, da hinten, ey. Du Ficker. Wow. Komm, Alter. Geh mir doch nicht auf den Zwerchfell. Kannst du mal bitte sterben? Komm, ey. Schaffst du eh nicht mehr. Die geht vorher dauuun! Fick dich, den Sack. Hast du dich? Das ist ein Scheiß-Elektro-Dinger da, ne? Wahrscheinlich müssen wir hier rein. Stimmt. Oder, keine Ahnung. Äh, schlage den. Boah. Ist klar. Boah, WTF? Darum. Ist hier so. Ein Tod. Nur zu retten. Fuck. Wat? Alter. Boah, ich... Autsch. Wo kam das denn jetzt her? Ja. Ja. Ist klar. Von überall kommt das jetzt gerade. Merk's. Ewiger. Guck mal, da sind Gegner. Ja, das meine ich ja damit. Müssen erst die Gegner ausschalten. Weil die werden uns nachher in den Rücken so reinballern. Wow. Springen musst du. Du musst da einfach rüberspringen. Nee, das weiß ich ja. Kriegst du den? Ja. Wenn man mit Granaten... äh, Raketenwerfen ne Hand hat, dann ja. Aua. Wo ist ein Gegner? Komm schon. Ah genau, jetzt kommt die Barriere davor. Bist du witzig. Wow. Na toll, bin aber weiter tot. Weil Jack den Wichser da getötet hat. Ja. Hallo? Ist keiner mehr. Jack hat den letzten getötet. Ich hätte den noch kriegen können. Schön. Oder sie hat den geschildert. Ich weiß es nicht. Kann man Waffen kaufen? Beziehung Mutition? Ja, kann man. Ach, wo doch Zeit, ey. Kaum geh weg, Schild. Geh weg. Halt das Ganze. Ihr ganzes fucking Schild ist schon wieder oben. Hm. Über Jack hält sich ja mit der Aufnahme, ne? Ja. 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 Vor allem. Und ich renne gerade durch und in dem Moment kommt die Scheiße wieder. Ah, schmeckt's? Ja. Ich geh schon wieder hoch. Höre, mach mal. Ich steff hier vorne gleich nochmal. Ist ja nicht schlimm. Ach so, nein. Nein. Fick dich, du mach mal. Hat sie jetzt wieder voll Leben, oder hast du wieder dieses Leben? Na, sie hat voll live, Alter. Geile Scheiße. Sie hat full live, die alte Bitch. Musst du dich wieder aufgeladen haben, ihm? Ja. Oh, geht doch mal weg, Schild, elektrische Scheiße. Gut, dass ich gleich hochkomme, wenn man mich noch hoffen muss. Ja, geh doch mal aus. Du bist. Mann, ey. Ah, jetzt. Ah, die Kämpfe gerade mit meinem Claptrap. Das ist gut. Nicht. ETF ist nicht da. Warum? Warum? Warum krieg ich den nicht? Ja, ist ja... Warum hab ich den Wichser doch nicht gekriegt? Willst du mich rollen? Ja. Das war doch jetzt voll die fette Verarsche. Dass ich den nicht bekommen habe. Warum? Aber bleib doch hier. Ich war fast am sterben, schon. Ich hab auf den geschossen, du Arsch. Oh, die alte Fotze hier, ne?